Panzer verlässt die Main, glaube ich, Richtung Ost Erste von Ostern, Südosten Oh Gott, da muss ich erst mal abhauen Die haben übrigens bis kurz zuvor da hinten noch den MSP stehen Fahr doch, du Scheißkarre Ich glaube, wir müssen in der Kirche stehen bleiben erst mal Oh, hier ins Loch, nein Ich werde das schon nicht sehen Frosch, der Panzer müsste auf dich zukommen Ja, wir hören den Ja, wir hören ihn Lass ihn ruhig vorbeifahren, wir setzen uns dahinter und dann machst du richtig Rabatz Und du ein bisschen streuen, dass du die Komponenten auskommst Ich weiß nur nicht, wie lange braucht der denn? Was macht die denn da? Ja, der fährt gleich an uns vorbei, würde ich behaupten Sag der Lodgy mal Bescheid, dass es da unten am MSP Feind Lodgy ist Warte, warte, noch nicht machen, noch nicht, noch nicht Oh, der macht auch rum Ja, ja, jetzt Aber da muss er ziemlich genau hinter uns sein, ne? Ich glaube, der steht genau an der Kirche, die Sau Da fährt noch was links von uns Was denn? Der entfernt sich, oder? Der fährt Richtung Süd weg Ja, also der eine fährt nach Süd weg Jetzt kommt noch was, warte mal Ah, hier fährt noch was links 9 Uhr Da ist jetzt aber genau unter Kirche, ne? Was ist das? Hört sich sehr komisch an Ich meine Ahnung, ich mach mal ein Motor an und zieh runter Hast du noch Kontakt zum Panzer? Ja, da müsste Klaus hier irgendwo sein bei mir Ich seh ihn aber nicht Das ist genau unter Kirche, oder? Der kommt auf dem Holz hin dazu Direkt aus dem Nord Ja, abschließend, ich werde die Straße bauen Was zum Teufel Was ist denn das? Hört sich an wie eine Kettensäge Was ist das? Ne, keine Ahnung Schau, lass dich mal kurz an, dass ich aussteigen kann Panzer ist jetzt auf jeden Fall markiert Den kann man richtig von hinten Panzer im Nordosten Ey, was ist denn los? Die Art ist unbekannt Ist der festgefahren? Ey, ich steh kurz davor auszusteigen, ich will das jetzt wissen Das klingt übel komisch, ne? Ein bisschen charmant Ja, wir kommen gleich, wir haben ja oben noch einen Motor Schäder, hau Dann beschäftige ich ihn erstmal mit zwei Panzerfäusten Ja, ja Na, irgendwie Motor rausnehmen, Ketten oder so Und dann einfach die Besatzung abaimen Wir sind gleich da Ja, versuch ich Froschi, ich hab's, die machen hier illegale Rodung In Osterbeek Illegale Rodung Schäder Was ist denn das, Mann? Der fährt auch weg Ne Ey, ich steig jetzt aus, ohne Witz Froschi Das brennt jetzt so, ich will das jetzt wissen Schöner Coldkill Ne, komm, ich steig da jetzt Der gibt's doch wohl nicht Und das hier Eine Panzerfahrt hat er gefressen Okay Zweite sitzt auch Äh, ich seh's immer noch nicht Haftvorladung auch Jetzt bewegt er sich aber, oder? Nein Sicher Ey Sag mal Ich seh's immer noch nicht Panzer steht hier Ich glaube, er ist vernichtet Ansonsten Du glaubst Brauchst du Munition? Ketten ab und Motor raus Der fährt noch was Ja, weiß nicht Wirst du lieber mal reinkommen? Wieder Ja, ja, komm mal hier Komm mal hier Der fährt echt weg Jetzt fährt er weg Ich seh's nicht Ich hab's nicht Nicht gesehen, was ist Jetzt hat er Motor aus Panzer ist vernichtet Definitiv Jetzt wird's geknallt Kannst ruhig bis zu mir hier vorfahren Mit Motor an? Altbewegung 56 und 94 Haben deine Leute den Panzer im Griff Oder kann ich da mit intervenieren? Wollte weg sein Okay, danke Ich hör dich gar nicht, Panzer Du bist super leise Echt? Jetzt nicht mehr Oh wow Ich würde dann den MSP nördlich vom Punkt hin fahren Ja, mach das Klingt super Okay, er fährt weg Wir müssen Wir schauen aber nicht Du mal einsteigen Ah ja, der ist vor uns Egal was es ist Solange es kein Churchill ist Und das definitiv nicht Machen wir es kaputt Der Scout ist gerade unterwegs Richtung kaputten Sherman Scout-Panzer Haben sie gerade durchgegeben Ja, ich hab nicht nachgeladen Wo? Ja, da wo der kaputte Sherman Unsere Squad-Nates ist Ja, ist vorbei Achso, ja Da ist er das Ja, ja Das ist ein Scout-Panzer Hört sich aber sehr komisch an Ich hab gedacht, das wäre ein Moped Ja, ja Wir sind hier am Sägen Ja, wir sind hier am Sägen Pass auf, Frosch, da ist Infanterie Was? Der Etura, da kommt ein Daimler Das ist nicht nur der Plastik von dir Kann halt nicht nach vorne schießen, ne? Oder unser Scout Ja, doch im Zweifel schon Hast du gehört? Hast du gehört? Ich sehe ihn nicht Ja, dann haben wir die Info Ja Das soll aber Infanterie sein, haben die gesagt Stimmt doch gar nicht, oder? Keine Ahnung Panzer kommt dann mit dem MSP Wir können aggressiv spielen Oder ich mach kurz ein Rallye mit dem Nice Guy, Holsteiner Lasst mal schnell ein Rallye setzen Kommt mal ganz kurz zusammen Dann machen wir übelst die Abfuck-Flankier-Rallye Kacke Ich höre ihn wieder Diesen komischen Motor Ja, ich höre es auch Panzer nicht mit unserem MSP auch einfach durch die Liga durch, ne? Was ist denn das für ein Scout-Car? Was ist denn das für ein Scout-Car? Was sich so anhört Das kommt hier vorne Das kommt die Straße hoch Ah, ich weiß nicht Stopp, stopp, stopp Link ist ja auch nicht gerade, andere Team So, ist weg Höhen Schaden Kommt noch was? Ach ne, ist unser Alles gut Ja, der ist, der ist Finito, glaube ich Ja Aber die können doch reparieren, deswegen Motor raus und Hülschaden Wir haben das Scout-Car geschossen Vielleicht wollt ihr mit dem Puma pushen Ja, der hat Hülschaden durch Oh, wir müssen hier weg Hallo, Puma-Li, wollt ihr mal vorfahren zum Pushen? Oh, es gibt Platz Es gibt Platz Oh ja, stimmt Okay, Scout-Car ist weg Scout-Car vernichtet Schoss auch Es darf halt bloß kein Churchill sein, ne? Ja, ja, den können wir nicht knappen Ist aber kein Churchill Oder? Vor allem, ich muss den Turm treffen, ne? Der Turm ist wichtig, ne? Den muss ich treffen Der fährt Fährt er vor uns? Ja, ja Der kann auch sein, der macht ja gleich links runter, ne? Ja, ja Den Captain zurück Ja Oh, mal abfahren Schulz Müssen auf jeden Fall dahinter Und dann Gib ihm Dann jetzt Na komm, James Antenna T, wir haben hier bei uns wieder einen Panzer Aber der fährt wohl doch Okay, der kann ja noch den Unterricht raus Wir sind gerade nicht so richtig in der Nähe Wörtlich, ne? Naja Die Frage Ne, da fährt rechts rum Da wird Da wird Da wird Na, kann ich markieren Da ungefähr sein Eine Frage Technische Frage Hat jemand Erfahrung mit äh Postscriptum und Arbeitsspeicher? Ist das nicht wahr, dass er sich 16 GB genehmigt? Postscriptum und Arbeitsspeicher ist nicht kompatibel Du kannst total 100 GB haben, das spielt nur 200 GB AMD Prozessoren sind übrigens auch nicht mit Postscriptum kompatibel Also von daher Damn fancy, oder? Naja, die CPU ist mit 23% Da hab ich mir wenig gesungen gedacht Das hat nichts zu sagen Ja, er müsste jetzt rauszappen um Nacht Wie ist bei mir Mit der Prozentanzeige hat das nichts zu tun Gar nichts Berlin läuft aus Funker, warte deines Amtes So, müssen wir den jetzt hinterher pushen Wenn man vom Rally aus auf dem Funkzug rennt Dann rennt man genau in deren Angriff rein Soll ich mal laufen? Ich hör noch Hab ihn Ne, der fährt wohl einfach weg, oder? Der fährt nach Osten Ja, 1 Uhr, ne? Ja, ist das Quartal Die sind ja richtig schnell Die haben das MSP im Norden genutzt Die können jetzt immer von Norden aus angreifen Weil die 16 GB genehmigt Genehmigt mich auch erst seit dieser Runde Ganz der Scores Südwest Äh, Osterbake läuft ohnehin Osterbake ist Osterbake Lieben bestimmt Ja Also ich hab hier auf Osterbake auch ne reine Lackpartie Also Ja, bei mir geht's mittlerweile Bei mir lenkt nie was Ich bin froh das Rechne nach dem Upgrade mal vernünftig Warte, wir müssen uns mal eben konzentrieren jetzt hier Also mich ärgert das alle das Trotzdem des Upgrades Jetzt hier so So, ich würd' das sagen Du hast eine Spur weiter oben Und dann rechts, oder? Genau Wie viel Arbeitsspeicher zieht er sich bei dir? Knapp 16 GB Wir hörens, oder? Das sind jetzt gerade bei mir knapp 10 Die labern alle Seid mal bitte kurz ein bisschen Labert euch mal ein Local Fall Wir müssen kurz Motorengeräusche hören Was soll ich hören? Nicht mehr Ich blick mal ein, ich hab ihn kurz gehört Aber die sind halt auch schnell Die Panzer mittlerweile, ne? Kann auch ein Crumble sein, oder so Dann bist du ja schon längst weg Doch, er ist vor uns 1 Uhr, ja Ich mach gleich nochmal aus Ich mach gleich nochmal aus Wir müssen jetzt hören Ob da links oder rechts weg ist, oder? MSP Südosten heißt Rechts Rechts Rechts, die Straße runter, ja Huuu, lecker schmecker Das wird ein Verrecker Ich weiß nicht, Kanone oder Kette Dass der nicht mehr weg ist Überall hin sprayen Alles in sprayen Einfach wie so ein Bekloppter Will ich denn da? Ne Ja, bleib ich mal hier liegen Wir hören ganz deutlich Wieso? Feind umläuft uns hier nicht Jetzt hat der Motor aus Ich hab ihn grad noch gehört Der hat den Motor aus Ne, der fährt vor uns irgendwo Ist denn für ne Sau Kannst so ein Maus spielen hier Back to the basics, ne? Jo Wo? Oh, der ist hier vorne irgendwo Die Richtung Mhm Steht er hier auf der Straße, oder? Ne Weiß jemand, ob das MSB hier noch ist? Ist der durch den Wald da? Ist der durch den Wald da? Hier und Feindliche Kann sein, dass der auf der Zwischenstraße ist, ne? Warte Warte Ähm, nö Fährt weg, der ist schon wieder weiter weg Er will die Leute aus dem Mainbase abkennen Meine westlich vom Punkt Oh Vorsicht graben Ne, weiß ich nicht Ich weiß, dass die unsers geknackt haben am Punkt Rally vernichtet Find Rally Der ist auf der Hauptstraße, links Wett ich mit dir Äh, ne Meiner Position west des Punktes Ja, links Der ist schon weiter weg Der steht genau an der Mainbase, oder? Der steht genau an der Mainbase, oder? Der ist an den Banschienen Dort, würde ich sagen Müssen wir nur aufpassen Der steht vor der Mainbase irgendwo Ist der Ebnis wie ganz im Desten Eigentlich mal irgendwann trocken können, oder? Was ist mit dem? Nicht so Das frage ich mich ja auch Ja, der will Mainbase abkennen Ich latsch da mal hin Ja, ich lauf auch Weiter südlich Das könnte aber ein Churchill sein, ne? Obwohl der ja viel zu schnell Ich weiß nicht, wir stehen halt ständig, ne? Ne, da kommt immer noch was Der ist hier im Wald, oder was? Der ist hier im Wald, oder was? Ähm, bei der Scheune, wo die Sunny und der SMG ist Infanterie machen Gleich, wir haben einen genauen Panzer vor uns Ich sag's nur, weil da ist ein ganzes Squad Äh, wo ist der hin? Der hat doch grad die Kette gehört Da ist nur vor uns Da hat ein Motorrad Ja, aber der war doch grad so laut Der ist unten in den Schienen Ist der Jetzt ist der wieder lauter Der ist direkt vor uns, Alter Ja Der dreht ja Ringeln, oder was? Ja, ich seh ihn Es ist ein Cromwell Rechts Soll ich halt oder dahinter setzen? Ich seh es nicht Ich seh ihn auch nicht mehr Der fährt über die Brücke, glaub ich Der steht da wieder Oh Gott, wenn ich ihn jetzt sehe, da ist er Shit Warte mal Ich seh ihn nicht, ich hör ihn Nein, da ist gar nicht, dann ist das Ding Halt zwölf Der fährt auf die Brücke zu Ja, wir haben hier ganz viel Feind Wir laufen genau aufs MSP zu Er macht auch immer aus, ne? Mhm Aber hier fährt doch noch was Da sind zwei Panzer Ich weiß nicht, ob das unser Scout-Kaos ist Was wir auf die Schweine tun MSP gefunden Kommt der wieder zurück? Ich markiere erstmal grob Hm, nice Ich glaub du brauchst das nicht die ganze Zeit kommentieren Er ist schon unten drin, oder? Ja, ja Naja, wir wollten uns halt schon ein bisschen abstimmen Ja, jetzt ist die Ladung dran, das Ding ist weg Er ist unten, der auf den Badschienen Du tust dich denn hinten rein Ja, schein's rein Ich werde dann wahrscheinlich aussteigen Ich muss dann mal links drehen oder so Weil sonst mach ich was Ja, da ist er Wolltest du dahinter fahren? Oder willst du von hier? Nee, nee, mach links Dreh links Jo, stopp Ich steig aus wegen der Sachse Geht denn weg? Kommt dein Panzer auf dem Markt Komm weg, komm weg Ich kenn dich, ich bin raus Ja, da brennt, da brennt Alles gut Versuchen zu knacken, das sieht nix Ich komm jetzt raus Wir sind alle raus Wir sind alle raus Wir sind alle raus Oh, Schatz, längst du alle Da brennt Nice Alle geschiebt Jo Da fährt noch was hier Das ist unser Das ist unser Das ist unser Da hat er Ach, unser hat jetzt grad geschossen, Leute Boah, Alter Den markierten Cromwellen nähe der Rainbase haben wir Wir müssen aber Muni haben Da ist noch einer ausgeschnitten Ja Ups Okay, dann weg Ich hab so heftige Lacks auf der Map Ich halte ihn, ich hab ihn aufgehalten Also er konzentriert sich auf mich Meinst du, ich soll versuchen den Typen zu soloen oder was? Ja, Tina weiß was es ist Warte Er fährt zu dir Mit voller Geschwindigkeit Hm, schon Ja, dann geh ich hin Ja, dann geh ich wieder Die haben einen Panzer-Igel gebaut Die wird schon Die haben das Ding eingebaut Ach, scheiße Er dreht den Turm auf Hier fährt noch was Es sind zwei Panzer Ich komm hier nicht raus, die haben das Ding eingebaut Mit Jo, spreng der Pionier Bist du Pio? Nee, Pio läuft irgendwo im Süden rum Oh, der könnte straight zu euch rum kommen Vielleicht so weit wegsetzen, dass der Flakwagen nicht mehr Firefly haut ab Aber das Ding weg schon gesprengt wird Gute Aber hier fährt doch noch was Ich würde aber Skill erfordern Ah, Pionier sind dann nur noch feind auf der Westlich von Squad Lied 4 in dem Wäldchen wieder Zumindest ein Scharfschütze Kann rausfahren, alles gut Kann rausfahren, das dumm Bist du mit dahinter? Was denn? Bist du dahinter? Jaja, er fährt aber langsam Richtung Warte mal, was? Was macht ihr hier alle? Ich komm dich abholen Dann gehen wir einen Knacken Der dreht hier Kreise Warte, fahr nicht hier hin Der Ich weiß nicht, worauf er schießt, aber nicht auf mich Der fährt Richtung Punkt Okay, komm ich Ich komm dich abholen Der die Kanonen aber auf 6 In unsere Richtung Hier fährt noch was Hier fährt noch was Das hört sich das so an Sicht zwischen Squad Lied 6 Hier fährt noch was Punkt ist neutral Kann ich zu dir hin muschen, oder? Ich hör ja noch den Motor Jaja, jetzt kannst du kommen Ja, das ist die Firefly Die denken, die haben mich eingebaut Ich könnte rausfahren Ich krieg gleich einen Bann Wie ist denn das möglich? Also, Firefly ist Richtung Punkt unterwegs Der ist die Straße hier links Südöstlich von Squad Lied 6 Liegt noch ein Verwundeter Da von Da ist noch mehr Und runtergefahren Seht ihr den? Südwestlich von Squad Lied 5 Könnt ihr mal bitte ganz kurz gucken Wo da Firefly ist? Da muss Richtung Punkt fahren Naja, ich hör den schon bei mir Aber wo der jetzt noch ist Hab ich schon mal gesehen Der ist rechts gefahren Gleich irgendwo Da ist ihn bei mir Sag mal kurz deine Rolle Oder irgendwas MG auf dem Punkt Squad Lied 7 Squad 8 Squad Lied 4 Squad 7 und 3 und 4 Also es sind 3 Squats im Osten Der Punkt ist neutral Der 4 noch gleich raus Der Westlich von mir ist Der müsste da kraft zu laufen Ja, der ist dran Wir müssen über die andere hören Also Der Pionier Westlich von Smoky Knalle Der springt gerade in Sherman Der Pionier ist dran, glaube Da ist er vor uns Ist was Das müsstet ihr jetzt sehen Wie es da ist Ein paar Mal links Links Ich kann den Turm sehen Ja, ich will rechts Ja, ich kann sowieso nicht schießen Ja, aber rechts wegen dahinter, oder? Ja, oder so Ja, da ist einer ausgestiegen Wollte reparieren Der hat auch Oh, ist dann geplatzt Noll Ja, der ist geschwenkt Wie sieht dick aus? Das ging schnell Naja, Hauptseite ist weg Ich höre was links Ich wusste ja nie, wie verwöhnt ich bin, ne? Aber 30 Frames Das ist... Alter Ja, ja, Soundpanzer, ne? Geht gar mit Hab ich vorher gespielt Man gewöhnt sich dran Was ist denn das? Scout-Coffen leicht wieder? Ey, das hört sich so komisch an Das Wort, ja? Ja, nee, wie sieht die Was? Hast du leicht links, ja, oder? Ja, ich hab... Ja, jetzt haben wir uns vorbei Wanns da nicht dran gewöhnen Ich mach grad einen Drop von 144 auf 30 Wanns? Hä? Hä? Der, der ist hier Der, der ist hier Der, der ist hier Da ist auch So, heute hinten am Ende Außerwings Stopp! Stopp! Ja 6 Ja Wuh! Wuh! Fahr mal weiter Ich hab's schon gar nicht gesehen Ah! Ich helfe aber nicht Und du musst weg, wenn der explodiert Mhm, brennt wohl Also du hast den Oh Gott Komm drüber Schlagwagen Der brennt also das, hops Die Hm! Halt's doch nochmal auf 6 drehen, wenn du willst Ich fahr hier Ich fahr hier Ha, es gab gar auch vernichtet Ich fahr hier Uhhh Ich fahr hier